Yo Freunde, was geht ab? Ihr habt richtig gehört, wir sind gerade in L.A. zum einen, um die VidCon unsicher zu machen und euch ein bisschen Hollywood zu zeigen. Da habe ich gestern auch schon gechillt, war sehr cool. Ja, deswegen dieses Mal leider kein Roundup, aber das ist ja gar nicht so schlimm. Dafür geht es ja nächste Woche weiter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Videos aus L.A. Die werden nämlich kommen, sowohl hier auf Shortcuts als auch auf meinem Zweitkanal EinfachPhil. Schaut auf beiden vorbei. Auf Shortcuts seid ihr ja schon mal, das ist schon sehr, sehr gut. Jetzt abonniert das und guckt euch die letzte Roundup an, wen ihr das noch nicht getan habt. Und ich zeige euch jetzt noch ein paar Ausschnitte aus L.A. Ich freue mich drauf.